Alter. Komm mal her. Kann zwar sein, dass du's nicht siehst wegen Ränder und alles, aber siehst du hinten diesen fetten Baum? Oh, wow. Lass da mal hin gehen. Ja, wir haben ein Ziel. Ich befürchte zwar, dass sich genau dort ein Boss befindet, aber, äh, scheiß drauf. Ist aber keiner angezeigt auf der Map. Naja. Wir müssen uns kurz den Wasser halt machen, ich würd' genau was craften. Ach so, ja klar. Und stopp. Ah, ich hab' sogar fünf Flaschen gekauft. Also fünf Wasserflaschen. Ich hab' nur eine gekauft. Und zwar zwei und der eine hab' ich davon gemacht. Und weitere Heiltränke. Gib' mal das, äh, Croissant. Äh, warte. Und mir tapf. Der tapst da irgendwie mal rum. Äh, soll's's den immer noch geben? Nein, jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir ein wichtigereres zu tun. Ich bin übrigens tot. Oh. Weil das zwei Feuermagier sind. Drei, weil ich... Ja, die treffen mich aber zum Glück nicht. Hm, ich versuche so schnell wie möglich zu dir zu kommen. Ja, ich halt die mal auf Distanz oder so. Ja. Au. Bist du schon tot? Ja. Scheiße. Das ist ein Laserstrahl oder so. Hm. Weißt du noch ungefähr welche Richtung das war? Ja, ja, ich bin auf dem richtigen Weg, sag' ich mal. Guck mal, ich guck. Hier oben sind so noch zwei Wanderer. Die helfen uns jetzt auch außer... Also gut, ich bin jetzt bewusstlos, aber die helfen uns jetzt. Oder? Nö. Tun sie grad nicht. Wichser. Ja. Das ist einfach nur ein anderer Magier von denen gewesen jetzt grad. Wo genau waren das jetzt? Das müsste hier halt gewesen sein, aber die sind weg. Ah ja, ich sehe den Baum wieder. Ja. Meinst du mit anderen Wanderern, die Typen die gerade bei mir auf den Baum klettern? Und mich so komisch anstarren. Ähm, mir klettert da keiner auf den Baum, aber... Nein, die guckt mich jetzt alle komisch an. Naja. Ahaha. Okay. Ich mag den Skill. Ne, das war doch da. Wir haben noch da gekämpft. Äh, das ist ja auch egal. Ne, da, hinten gekämpft, da. Wir haben irgendwo gekämpft. Und hochklettern. Aber hier ist trotzdem was, aber das können wir nicht bekämpfen. Das ist nur unter oder unter einfach nur. Ich finde das cool mit den NPCs. Ich finde das cool mit den NPCs. Und ich wirkt diese Welt hier irgendwie realistisch. Ja, das stimmt. Boah, sieht dieser Baum geil aus. Wow, mit diesen Wolken im Hintergrund. Subnail. Ey, ich muss auch noch daneben sein. Ja, warte. Hauen wir erstmal die Viecher hier zu Brei. Oh, zwei XP. Boah, immer ein bisschen mehr. So, komm mal hier kurz her. So, warte. So ist es besser. Okay. Gut. Dann können wir mal chillaxen. Oder? Ja, das sind uns. Oh, ich habe trotzdem wieder angekommen. Dagegen haben wir keine Chance. Also wir sind tot. Nee, auch keine Chance. Boah, mit einem Schlag, Alter. Gut, ich war zwar auch schon ein bisschen angehittet, aber trotzdem. Die Richtung ist es. Oh ja. Ja, wir sind direkt vor dem Baum. Ja, ja. Äh, das sind wieder die fetten. Also da sollten wir nicht mehr gehen. Moment, der ist da. Das sind doch... Ich glaube, das sind alle diese... Das sind alles so stark. Das sind alles nur untote Lager. Ja, und die sind alle so stark. Obwohl hier ist... Ja, hier ist nur einer. Oh, was? Okay, hier sind doch zwei. Hinter dir sind direkt zwei. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Nein. Ich werde mein Graffiti auf diesen Baum sprühen. Ich glaube doch, dass sie dich aufhalten können. Aber nicht so schnell. Ja, gut doch. What the fuck? Guck dir mal den da an. Okay, jetzt ist es zu Ende. Der ist hier gerade so ein bisschen komisch rumgeslidet. Aber gut. Hm. Also... Ach, hier haben wir noch ne Herzblume vergessen. Gut, den Baum können wir vergessen. Das vorne ist noch einer. Was? Da vorne war noch eine Herzblume. Und mir hast du jetzt eingezämmelt. Ich würde sagen, wir gehen mal da oben drauf. Ich glaube, hier fangen Tannen an. Tannen wie oben. Oh ja. Ey, das ist ein Busch. Er schwebt zwar, aber Busch ist Busch. Oh Gott. Was haben wir denn da? Was denn? Ach cool, ein Boss. Wir haben hier einen Boss. Ist das ein starker Boss? Äh, jo. Ich glaube, wir sind hier in einem starken Gebiet. Kann das sein? Ja, ich denke auch. Jo, wir sind hier in einem starken Gebiet. Ja. Ja, ist komplett rot. Ich würde sagen, gehen wir in die Richtung. Mhm. Äh, Achtung, direkt hinter der Wand war der Boss. Ich hab's bemerkt noch früh genug. Ach, das müssen wir kaputt machen. So. Es läuft aber ausgesprochen und flüssig wie der Alpha, ne? Jo. Auf jeden Fall flüssiger als die Minecraft Alpha. Ja, da hat der Multiplayer nicht mal funktionieren. Ja. Naja. Etwa halt Minecraft. Wir lieben es doch alle, aber hassen es trotzdem. Ja, irgendwie schon. Ich rutsche nur den Berg runter. Man sieht ja wirklich, also Minecraft ist ja so... Ey, ich glaube, hier ist dieser Lola... Nein. Na, Mittel. Ja, komm, kämpf mal. Gut, hast du getetet. 3 XP. Gut. Boah. Süßes Mal hätten wir die jetzt nicht angegriffen. Wir werden uns 3 XP flöten gegangen. Warte mal, können wir die angreifen? Ja. Komm, wir... Hier können wir da alles angreifen, ne? Ja, komm, wir... Wir greifen hier... Äh... Zwerge an. Das hat nichts gebracht. Ich hab keinen getroffen. Ich muss ja das... Wir müssen den Magier zuerst ausschalten. Und ich bin tot. Au. Äh... Fuck, wo bist denn du jetzt? Guck einfach auf M. Ja. Boah, ist weit weg. Ich würde jetzt gucken, aber es geht irgendwie nicht. Und die heilen sich die Säcke. Jaja, ich bin auch schon... Und ich bin tot. Ich bin schon auf dem Weg dahin. Ja, das sind freundliche Untoter. Ne, das ist irgendwie so Ironie, ne? Freundlich und Untot? Passt nicht. Es sind grad drei Büsche hier. Wie viel man doch übersieht, wenn man nicht darauf achtet. Und wenn die rennt da... Weil wenn man näher geht, rennt, hat der mehr Gras. Ja. Hm. Warte, die hole ich mir grad. Ich will unbedingt dieses coole abhören. Ja, da sind's wieder. Vier Büsche. Oh, wie viel ich das sehe. Irgendwie hat dieses Spiel... Erinnert mich an Don't Starve. Don't Starve, Don't Starve... Achso, achso, ja. Hm... Na... Hm... Nein, irgendwie so ein bisschen von den Büschen her. Ich weiß nicht wieso. Ja gut, ja. Ja gut. Und diesen Sammelfieber. Naja. Ich lepp' nicht hier übrigens grad voll viel irgendwie. Soll ich dir helfen irgendwie? Ja, kannst du ruhig machen oder so. Kämpfst du gegen Arun? Jupp. Miiiipe. So, jetzt kriegst du jetzt auch Erfahrungen dafür. Das ist zwar... Ne, hier sind zwei sogar. Gras, Junge. Ich hab' hier ein Problemus-Ding. Zwei XP und da oben ist ein Busch. Da geh' ich direkt mal hin. Und Holz. Mann, 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 Mann. Blume. Blume. Blümchen. Was ist das für gelbe Viecher? Ich glaub' die sind zu stark für uns. Aber Schwein da unten nicht. Schwein, das kriegen wir noch besiegt. Wird zwar eng, aber das kriegen wir noch hin. So. Oh, jetzt will ich wissen, was das ist. Joa. Mittel. Komm, machen wir immer, oder? Ja. Das hat ne Möhre fallen gelassen. Ja. Warte, äh, ist jetzt grad'n bisschen schlecht anversicht, weil ich essen müsste. Joa. Aber du wirst gleich hinter mir wiederbelebt, ne? Nein, ich bin ein bisschen weiter weg. Also, es geht. Von der Entfernung her, würd' ich mal so sagen. Ah, noch 40 XP an HBs. Okay, der hat... Oh ja, bei mir sind's... Ne, bei mir sind's 40... äh, nicht 40 XP. Bei mir sind's noch, äh, 37. Ja, bei mir jetzt, äh, auch. Ja. Ja. Müsste mal. Da ist noch einer. Das müssen wir noch legen. Der gibt gute Erfahrungspunkte. Ja, äh, es ist vielleicht erst noch was. Ja, muss ich machen. Ui. Okay. Das müsste reichen. Müsste hin. Ah, da ist... Oh Gott, das ist ein Rot. Ach, kriegen wir hin. Ja, ja. Ja, ja. Denk ich auch. Siehste. Boah, ich liebe diesen... Diesen Schadschuss, den ich hab. Ah ja, da sieh ich mal Farben. Sollen wir mal schauen, wie viel die da jetzt... Sind das lieb? Sind das böse? Ja, schade, sie sind lieb. Schade, aber auch. Ja, die heilen uns doch, glaub ich, auch manche. Ja gut, aber ich glaub dafür müssten wir mit dem im Kampf oder so sein. Also... Mit denen kämpfen. Ach, dann hab ich nen Pilz übersehen. Aber hier nicht. Unten sind Betten. Ich geh mal pennen. Ja. So. Ah, ich hab nen heißen Arsch. Was? Ja, ich steck hier halb im Feuer, guck mal. Ja, warte. Also nicht wirklich, aber schon sehr nah. Oh ja, tatsächlich. So. Schau mal, was jetzt... Komm, wir greifen die Kräne an. Die haben's nicht anders verdient. Ich meine... Schau dir... Schau dir, wie das jetzt aussieht! Wie im Wasser, ne? Das... Das sieht so blöd aus. Ja. Ich kenn mal nen Froschmann. Ein Froschmann. Ah ja, ein Froschmann. Ah, sehr zart. Was macht ihr für Geräusche? Was war das? Das war, glaub ich... Das war ein Ring. Oh, warte mal. Bringt ihr denn was? Äh... Ne, ist Magier-Ring. Oho. Oh, ich hab grad nen Terrier angegriffen. Verdammt, ich glaub den hätt man Sam können. Ein bisschen überhaupt. Ich seh dich gar nicht. Helf mir mal, das ist auch ein paar Erfahrungspunkte. Hier, komm. Drei. Drei Stück, alter. Das ist gar nicht mal so schlecht. Hier ist ein cooles Gebiet. Guck mal, da hinten ist auch wieder ein gutes Vieh. Und wieder direkt ein Lieberbelebungs-Stein-Ding. Und da oben sind auch welche. Ich würd mal sagen, wir gehen auf die andere Seite, ne? Ja, ja. Wir greifen das Vieh an, würd ich sagen. Ja. Boah. Boah, ich hab dem Vieh grad, glaub ich, 94 Schaden gemacht. Oder hab ich das falsch gesehen? Ich glaub, ich hab's falsch gesehen. Ich bin mir sicher, dass ich's falsch gesehen hab. Wie soll ich nen 94 Schaden hinbekommen? Ich wäre direkt tot. Ich sollte auch mal was... Essen. Oh, ja, mal grad. Oh, ja, solltest du. Ich mein, ich will ja nicht unbedingt zu oft sterben. Ich guck mal hier hinten, ob's hier noch sinnvoll ist. Nein, das ist nicht sinnvoll. Wir sollten die Flussseite wieder wechseln. Ja, ich esse noch was. Ja, ich seh's. Ich hab... Ich dachte grad, ich hätte ein Level abbekommen, ey. Ich dachte, schratsch. Hupf. Wir haben interessante Ohren. Mhm. So. Nein. Die hier sind, glaub ich... also zumindest, ne. Gut. Die sind cool. Ja, eben waren. Ich glaub, die kann man zählen, weil die sind blau. Maulürfel. Versuch's mal. Ja, geh mal da. Ah, ich hab noch ein Croissant. Ich hab jetzt eine Karotte. Karotte. Ey, was glaub, Alter. Karotte. Was muss ich drücken? Karotte. Ne, ist ja auch egal. Ich greif die jetzt an. So. So cool. Was war das denn? Ich weiß. Ich war blau. Hab ich's aufgehoben? Das ist was zum Essen. Ne. Hä? Was ist das? Ich hab keine Ahnung. Das... Ich hab... Überbleibsel, glaub ich, ist das oder so. Keine Ahnung. Ich kann's nicht anders mehr setzen. Naja, ist ja auch egal. Deine Herzblume. Ah, ich mag diesen Skill. Und mehr Holz für mich. Und noch ein Pilz. Ich kann ja auch noch Holz geben. Das ist gut, aber ich glaub, ich hab schon längst genug Holz. Hey, da hinten ist wieder so ein chromisches Tier und eine Herzblume. Und da ist noch irgendein anderes Item zum Einsammeln. Hm. Wo ist das komische Tier? Das ist da hinten das Teletubby Vieh. Das ist... Ach, da hinten ist ein Froschmann. Echt? Okay. Da ist ein Teletubby. Aber der ist... Der ist friedlich. Ich würd sagen, wir verfolgen den Froschmann. Ja, jetzt ist so ne geheimen Basis. Ja. Und da hinten ist noch so ein... Herzblume. Herzblume ist ihm gewesen. Aber der Froschmann ist ein Telet... Entsprech mal mit ihm. Was hat denn ein Froschmann zu sagen? Ich weiß es nicht, aber ich... Geh mal grad noch hier hinten hin, weil hier ist ein Herzblume. Weil hier ist ein Herzblume. Ich schaue für Bomben. Du solltest, äh... Item shoppen. Okay. So. Hm. Hm 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 hm. Hühner. 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 Hühnchen. Au. Noch sieben Hühnchen töten, dann bin ich ein Level ab. Ah, ich brauch noch zehn. Wow. Das ist einer zwei gebracht. Das bedeutet, ich muss noch weniger Hühnchen töten. Und ich muss noch sieben töten. Der ist ein Schweine. Töten. Ne, Bunnys. Sorry. Achja, ist doch beide der gleiche. So, ich... Beide geben Milch. Genau. Hit mal den ein. Genau. Ja. Ja. Ja, da kommt was. Ein Freund. Ja, ist ein Freund. Ist ein toller Freund. Hey, noch eins. Noch eins. Noch eins. Noch eins. Vorher erst mal essen. Ach so. Ja, ess dir ruhig mal was. Kannst du eigentlich auch mal an. Ach ja. Ach, da sind irgendwelche fetten Viecher. Ja, ich guck mal was da drauf. Ah ne, das sind diese Würmer bestimmt wieder. Ah, rot, rot, rot. Rot, 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 rot. Ah, besser dann nicht drauf. Ich find's ja schon fast schade, dass wir den hier nicht angreifen können. Ja, oben sind Kühe. Äh, die Kühe sind glaub ich gelb. Ja, die sind gelb. Die kann man angreifen. Ja. Ah, Vorsicht, dass wir mich zwei angreifen. Ja, warte. Ich hol mir hier erstmal noch die Herzblumen. Die muss ich auch langsam mal sicher genug haben, du. Ja, du musst noch einen Pilz haben, ist mir jetzt egal. Okay. Ich trigger mal einen. Ja. Du hast drei getriggert. Ne, ich hab einen getriggert. Die anderen sind sozial. Tja. Wir haben soziale Kühe, das gibt's auch gar nicht. Ja. So viele Punkte sozial. Oh Gott, und du bist wieder so weit weg. Level up, double kill. Wow. Warte, da hinten bist du. So. Warte, Level up. Ich muss mal ganz kurz Level. Ich will wissen, was dieses Skill jetzt kann. Na, ich muss ja selbst mal kurz gucken, dass ich hier jetzt mal ein Level up nochmal bekommen. Warte, wir denn hier haben wir ein Lager. Ne. Geleuchtet es einfach nur. Ne Hex. Kann sogar mehr. Äh. Äh. What the fuck. Was hat sich jetzt getötet? Ne Hexe. Alter, war die fett. Also stark. Okay. Ähm. Warte mal. Da versuche ich aber nochmal hinzukommen. Nur wenn ich die gekillt bekomme. Von wieso hat die mich mit einem Schlag. Das kann doch eigentlich. Oh, ich bin so ein Depp. Ich hab das Skillsystem voll falsch verstanden. Was denn? Ja, du musst unten auf Learn klicken. Ja. Das ist natürlich wirklich. Ich mach mal so ein Padmaster. Boah, die zieht übel ab. Aber nicht übel genug für mich. Ha. Mistviech. Ich brauch jetzt noch zwei XP, du. Oh Gott. Jetzt hab ich's vernünftig. Vielleicht nicht jetzt hier, Sam. Äh. So warte, ich will jetzt mal meinen neuen Skill ausprobieren. So, 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 so long. So, 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 so. Das kann doch besser ausprobieren. Ja, das ist natürlich nochmal ein Ekonomist. Greifer. BAM. 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 Ja. BAM. BAM! Der macht Vollfaden. So. Tod. Alles Tod. Da hinten ist noch was. Äh, das sind Froschmänner, aber die sind nicht böse. Oh. Hey, zwei Herzbäume. So. Froschmänner. Nee, tif tif tif. So. Essen, 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 essen. Öööööööööööööööö.